Ilmenau Ich glaube, das wird zum nächsten Ich mach Urlaub in Amsterdam Ilmenau Wo ist das denn überhaupt? Ah ja Leute, die Ilmenau haben uns eingeladen Am 10. Juli, fahren wir dahin? Was, Ilmenau? Wir haben keine Zeit! Finale! Ey Leute, wir haben Klausurenphase Sorry, tut uns leid Wir können leider nicht Aber kommt doch mal nach Göttingen